Guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft meinte, ich bin der Batman V-50A und wir nehmen uns ein paar Interbellen mit und das Boot, ja, das können wir auch nochmal mitnehmen erstmal, aber erstmal ein paar Stecks, Steinchen, so, das ist nicht meine Katze und der ist nicht meine, sehr gut, so, wir haben auf jeden Fall genug Essen dabei, wir gehen nämlich in dieser Folge erst einmal ein bisschen in den End bzw. warte mal, bevor ich das jetzt vergesse, wir haben doch noch drei Items und die geben wir jetzt erstmal ab, passt denn, naja, da gebe ich das ab, so, mal gucken, ob ich das schon mal abgegeben habe, ne, noch nicht, gut, dann kommt das auf jeden Fall noch dazu, dann haben wir 409 Items gleich, sehr gut, sehr gut, 1, 2, 3, 4, das, 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 so, jetzt ist natürlich mein Inventar mal wieder unsortiert des Todes, so, die Kiste wieder dahin, ne, das war eins, daneben, dahin, nehmen wir Wasser mit Lava, ne, nehmen wir nicht, aber dafür nehmen wir noch einen Eimer mit Wasser mit, Schere, die brauchen wir eigentlich auch nicht, wo ist sie, da ist sie, da ist sie, aber wir nehmen noch mal ein, ein Stack Pfeile mit, die Hunde, die brauchen wir auch nicht, hier sind mittlerweile wieder drei Golems gespawnt, jetzt bin ich wieder rausgegangen und jetzt fängt es von vorne an, so, warte, warte, jetzt lass mich überlegen, wo geht's ins Ende, wie lange geht's ins Ende, bin ich noch zu weit, ne, warte, hier, vielleicht sollte man sich das auch irgendwie markieren, manchmal indem ich das hier so markiere, so, hier kann ich nämlich jetzt auch nur laufen, weil ich das ja nicht ausgebaut hab, jetzt muss ich erstmal ganz so ein Moss wegbewegen, genau, dass das nicht passiert, was ich jetzt gemacht hab, ich bleibe dann mit einem U精, ich bleibe dann von bei uns. So, gut Ruhe und ich habe dir voir, stretched auch immer zu mir, eigentlich nicht Öffnen ich mir da auch alles mainstream. ich glaube der bogen der ist stärker so und jetzt ja nicht oder spreng ich habe ein totem noch vergessen dass ich mit dem würde ich würde sagen wir sehen uns aber gleich nach einem kurzen cut wieder kurz bevor ich ins end gehe bis gleich und da bin ich auch schon wieder im end was ist ein datenblock so warte mal jetzt wollen wir hier mal ein bisschen weiter aus das gute ist es gibt ja jetzt kein dran mehr das schlechte ist es gibt noch die endermans und das wiederum ganz schlechte ist die endstone habe ich jetzt gerade nicht dabei deshalb habe ich kommst du dabei so und zwar warum ist das denn so weit von der insel weg sein so so ok und da hätten wir schon den achievement remote gateway das ist doch mal sehr schön jetzt wollen wir nur noch ein dings eine so jetzt ist die frage brauchen wir dafür einen silk touch oder ja heute mal das jetzt die blauer genau sehr gut so wenn wir wenn wir so ein paar von denen haben dann können wir auf jeden fall sagen wir haben wir haben das was wir brauchen so warte mal vielleicht sollte ich mir von hier die koordinaten aufschreiben beziehungsweise manchmal mal ein screenshot dass ich hier wieder zurück finde weil nervig wäre schon wenn man nicht mehr zurück findet so warte mal dann schmeiße ich einfach mal hier drüben eine enderperle hin so da ist schon mal so eine festung da muss ich auf jeden fall hin aber ich weiß noch nicht wie ich da hinkomme das ist die gute frage ist doch ein schiff näher sieht nicht das schiff aus oder ne aber da kann ich immerhin endrot und so ein bisschen kram sammeln oder ist das jetzt kein schiff schade sah gerade so aus ne da komme ich nie im leben mit der enderperle rüber da schmeiße ich mich noch ans end bei komme ich hier dahin ich habe dabei echt angst ich brauche mich noch mal ein paar blöcke hier rüber da ist mir gerade so wie viel habe ich denn jetzt von der levitation noch eine sekunde los seit ihr ende so dem bin ich gut ausgewichen so jetzt kann ich mir auf jeden fall schon mal eine zeit steiger geste machen zu doof für den jumpenbrand würde ich sagen so und jetzt gleich hier oben hin so ja genau wo hat das komische dinge sich hingewortet ich sehe es nicht hier oben ist auf jeden fall nicht so jetzt bin ich von da gekommen das heißt ich laufe würde ich sagen ja doch habe ich eine ender perle da kann ich die auch werfen irgendwo hin genau ich glaube ich einfach alle mitnehmen müssen da hätte ich nämlich jetzt fahren müssen gleich so da ist jetzt die frage natürlich wie komme ich darüber ich würde sagen mitbauen und ein bisschen werfen so ich hätte gerne ein schiff aber sowas findet man ja glaube ich nicht da ist nur noch eine riesengroße insel ich würde sagen ich laufe einfach mal so ein bisschen durch das end und wenn ich etwas finde lasse ich es euch teilhaben so und da bin ich wieder guck mal an was ich da gefunden habe jetzt muss ich nur gucken wie komme ich am besten darüber ich dachte schon ich finde hier gar nichts ich bin schon bei ja 2000 blöcke fast gelaufen glaube ich ich habe dafür eben nicht genau auf die koordinaten geguckt leider positiv z positiv negativ positiv z positiv negativ das ist ja interessant das steht ja da ist mir jetzt gerade aufgefallen fast eingelaufen so dann einmal ganz schnell da hinlaufen vielleicht nehme ich auch mal anstatt dieser das wasser darunter dass ich wasser platzieren kann wenn ich es brauche so und so kann ich jetzt ganz einfach hier lang laufen ich mache mir auf jeden fall demnächst mal ein schwert ohne verbrennung weil verbrennung das ist halt einfach nervig das ich behalte mir zwar hier das eine aber verbrennung das ist das stört sowas von sagen es mal so also wo ist denn jeder eingang ja teleportet ich auch wieder rein komm lass mich runter wenn man zu doof ist zum springen sollte man es glaube ich lassen sehr schön einen schon mal abgewehrt okay okay so komm lass mich wieder runter ich will doch nur hier runter so warte mal ich will das genau einsammeln was gibt es denn eigentlich hier oben gibt es überhaupt da irgendwas komm komm wenn du mich einmal treffen solltest dann treffe mich auch bitte so jetzt lass mich bitte hier raus dankeschön hier ist aber auf jeden fall nur ein paar endrotz ja die könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen das ist nämlich eine coole deko auch so zapp 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 hier war ich auch noch nicht ich habe ich auch so ich habe ich auch ach da ist auch noch einer so da hätte ich schon mal fünf von den kisten nicht machen können also am platz sollte es mir nicht mangeln so was geht hier noch ab hier sind bestimmt draußen noch irgendwo welche aber wo ist die frage wo kommt das denn her naja so weiter nach oben dann interessant hier kann ich jedenfalls hin so ich will erst die items einsammeln hier war nichts sehr gut dann kann ich auch so 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 Ich habe noch eine neue Karte. 9 nicht dass das mich jetzt da hier runter gibt kommt levitasch mit 421 so dann hätte das gequält dann wenn du da oben glaube ich wo sind sie jetzt alle ich will nicht runter er da muss da bleiben ich meine ich habe schon immerhin fast also ich glaube ich sechs stück beziehungsweise ich muss ja sowieso noch mehr von den fahren deshalb wäre es eigentlich gut wenn ich ein paar von denen mehr hätte aber später ist es glaube ich einfacher wenn ich die elite drei mal so als erst ganz kurz so was haben wir denn hier ja das ist jetzt die frage wie komme ich darüber prinzipiell bauen wäre eigentlich nicht verkehrt ich glaube das mache ich einfach was glaubt ihr denn wie fest ich jetzt gerade meine schiff das drücker so jetzt muss ich ganz kurz erst mal da wird wieder eine halbe stunde halben stunde folgen gibt es ein bisschen irgendwas nur 15 was haben wir hier instante 2 so was haben wir hier guck mal mending sogar als hätten wir nicht vom ende gehabt haltbarkeit drei jahren schon wieder alles was ich eigentlich nicht brauche weil habe ich heute so jetzt fehlt mir nur noch der kopf wo kommen die jetzt her so und für den geck muss ich das mal kurz machen wie lange hatte ich denn im survival spiel kein dran kopf mehr so jetzt muss ich mal kurz überlegen so werde ich größer das heißt theoretisch müsste ich in die richtung hier ist auf jeden fall nichts mehr drin das bedeutet notfall wasser einmal bereit nehmen wir notfall in der perle und notfall wasser einmal okay aber okay ich muss nur einmal drücken dann funktioniert das schon so und jetzt kann ich hier doch schon gerade wieder ganz weit weg fliegen oh hier habe ich noch ein home point gefunden das den markier ich mir mal mit f3 mit sconshot weil ich komme nämlich auf jeden fall dann immer wieder heim also so jetzt erst mal wieder das ist mir zu weit ich habe angst ich sage ich habe angst aber brauche mich dann einfach über nichts drüber ich würde sagen ich bin jetzt hier mal die folge wenn es dir gefallen lasst mir noch eine positive bewertung da oder ein abo ich muss mal ganz schön irgendwo anders hingucken und schönen abend noch tschüss und dann